Eyo Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und ja, ihr seht mich hier gerade, ich bin auf dem Timolia-Server und wir werden wieder mal ein bisschen One-on-One spielen. Das ist im Moment eigentlich so das Einzige, was ich in Minecraft spiele und als allererstes so am Anfang des Videos, weil da schauen dann ja immer noch die meisten, ich suche einen Minecraft-Skin. Ihr seht hier mein Skin, das ist halt, ja, halt so ein ganz normaler Skin und ich hatte schon ein paar Ideen, also entweder möchte ich so einen menschlichen Skin, wie ich jetzt habe, halt ein bisschen cooler vielleicht, habt ihr da ein paar Ideen? oder halt irgendwie was ganz Ausgefallenes, irgendein Tier oder sowas, keine Ahnung, also wenn es ein menschlicher Skin sein soll, den ihr erstellen könntet, dann haltet euch bitte daran, dass ich blonde Haare habe und blaue Augen, mehr muss man eigentlich gar nicht wissen und ich habe weiße Zähne, deswegen, ja, das ist das, was man wissen sollte und wenn es irgendwas Tiermäßiges sein soll, würde ich auch ziemlich feiern, also ich bin da mal wirklich gespannt, weil, ja, ich habe halt keine Ahnung, was ich mir da selber erstellen kann und ich würde es ziemlich geil finden, wenn das einer von euch machen würde. Ähm, ja, mal schauen, vielleicht meldet sich ja der ein oder andere, ich meine, hier sieht man ja schon einen Pixel-Wolf-Skin, halt sowas ist zum Beispiel ziemlich cool, finde ich. Ich will natürlich jetzt nicht eins zu eins irgendwie einen Wolf-Skin, weil das ist halt jetzt schon vergeben, aber so vom Prinzip her finde ich dieses Skin ziemlich cool und ja, entweder ein menschlicher Skin oder irgendwas komplett ausgefallenes und wir zocken jetzt mal ein bisschen One-Business-One. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht so harte Legs haben werde, wie in der letzten Aufnahme, ich habe mal ein bisschen die Render-Distanz runtergestellt, die neue Grafik hat es nämlich noch nicht da, oder besser gesagt, ich habe es mir einfach noch nicht gekauft, weil ich bin halt immer noch nicht ganz sicher, welche ich mir kaufen werde, aber ich hätte ihn zwar mit Pfeilen, das heißt, das Game sollte eigentlich easy sein. Ja, komm, 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 nein, nein, ja, komm, komm, rauf da, jetzt zündet er mich an, aber es ist egal, weil er hat schon genug Damage, ja, das sind so Momente, wo ich halt übelst die Performance-Einbrüche habe, da kann ich halt, ähm, ja, jetzt bin ich auch noch vergiftet, aber das ist gar nicht mehr so schlecht, er hat jetzt beide Tränke von sich weggeworfen und, äh, lol, lol, Junge, wie krass ist denn dieser Giftrank gerade, bitte überlebe ich, bitte überlebe ich, bitte, nein, ich muss auch den letzten benutzen. Okay, ich habe mit dem 2,5 Herzen habe ich überlebt, krass, naja, wie gesagt, ähm, lol, er ist gerade runtergefallen, ähm, wer das machen könnte, das würde ich ziemlich, ziemlich feiern und, ja, ich denke mal, der eine oder andere hat bestimmt Bock drauf und, ja, irgendein Skin, ihr könnt kreativ sein, wie gesagt, ich feiere menschliche Skins, ich feiere aber halt auch Tier-Skins und, äh, wo ist der jetzt hin, ich sehe seinen Namen nicht, kann man hier irgendwo raus, äh, wo ist der jetzt hin, ich meine, ist der natürlich jetzt total dumm von ihm, weil jetzt kann ich wieder wacken, warte mal, kann ich ihm von hier vielleicht so einen Giftrank raufwerfen, ja, das müsste gehen, oder? Oh, ja, der Giftrank hat gesessen, der Giftrank hat übelst gesessen, hab ich noch Pfeile? Ja, komm, der müsste gleich down sein, der kann nicht mehr viel Herzen haben, oh, komm, 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 bitte, ja, sehr schön, jetzt rauf da, jetzt hole ich ihn mir nämlich, na komm, bleib stehen. Der sollte jetzt ziemlich low sein, wir haben es ja bei mir gesehen, wie doll, wie viel dieser Giftrank abzieht, ja, da hab ich ihn noch, schön, GG. So, das erste Game haben wir schon mal, war jetzt ein ziemlich langes Match, ich wurde übrigens auch gerade erkannt, also was heißt erkannt, da hat jemand gefragt, ey, Luki, bist du nicht der mit 2k Abos? Hab ich gesagt, ja, so 2k noch nicht ganz, aber es geht darauf zu, das finde ich mich auch immer geil, immer wenn ich, äh, wieder ein bisschen aktiver Videos mache, warum macht der jetzt hier gerade nicht? Okay, ich meine, ich mache hier einen Fairplay, AFK, wenn, ich greife nicht an, wenn er AFK ist und ich werde sofort attackt, okay, gut, äh, oh Gott, mein Bow Aim, das ist so peinlich, ich gehe jetzt einfach mal auf, ah, er sammelt die Pfeile, okay, komm, 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 nee, also ich wurde gerade sozusagen erkannt oder, keine Ahnung, vielleicht hat es auch einfach nur so gefragt, weil ich YouTube im Namen hatte, aber, naja, nach komm, bitte, ja, ich muss mal meinen Heiltrank benutzen, sonst verbrenne ich hier gleich. Okay, oh, ich hätte ihn gerade mit Pfeilen gut, das ist schön, hab ich noch irgendwie einen Trank, den ich benutzen könnte, nee, ich hätte mein Wasser benutzen können, aber das hatte ich halt nicht equipt, deswegen wusste ich nicht, dass ich es habe, komm, rauf, da, rauf, 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 ja, da habe ich ihn noch schön, GG. Okay, das hat mir auch mal jemand in die Kommentare geschrieben, meine Taktik ist eigentlich nur, irgendwie rauf und dann den ersten Hit setzen, hab zwar nicht so den krassen Ping, aber es klappt dann halt doch einigermaßen, oh, 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 achso, das ist so ein Kit, okay. Nee, das werde ich mit meinen FPS-Seilen nicht gewinnen können, das ist einfach zu schnell. Nee, aber um es jetzt nochmal zum dritten Mal zu sagen, damit es auch jeder verstanden hat, ich suche einen neuen Skin und wer da denkt, dass er kreativ ist und gute Skins machen kann, kann sich ja einfach mal melden und, ähm, ja, dann können wir das mal klären. Oh, da habe ich ihm eine Combo gegeben, GG. Würde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, ziemlich feilen. So, komm, ich glaube, einen oder zwei Runden müssten wir noch machen können. Ähm, oh, Verox Plays, ich glaube, dich kenne ich doch sogar. Komm, komm, holen wir den, ja, sehr schön, GG. So, also entweder Menschen-Skin oder Tears, oh nein, oh Gott, ja, ich liebe es einfach, solche Kids schon wieder. Jetzt sind das nicht, oh Gott, nee, Alter, wirklich nicht. Oh mein Gott, Alter, jetzt mal ganz im Ernst, nee, danke, 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 danke. Kann man hier so happen? Ja, ne, bestimmt. Aber jetzt ist man wieder in der Lobby, okay, man ist wieder in der Lobby, das habe ich jetzt nicht bedacht. Aber eine Runde machen wir noch, also ein One vs. One noch. So, hoffentlich gewinnen wir, dann habe ich es geschafft, eine ganze Folge ungeschlagen zu sein. Das ist bei meinem Minecraft-Skill und meinem jetzigen PC wirklich für mich schon eine Leistung. Oh, so, komm. Okay, die Pfeile gehen, okay, einen habe ich getroffen. Damit bin ich ganz zufrieden. Aber der sieht mich gerade nicht. Nein, nein. Komm, komm. Aber ihr müsst auf jeden Fall jetzt schon mehr Damage haben als ich. Ja, ja, jetzt habe ich ihn nochmal gehittet, der kann nicht mehr viel haben. Wollte schon sagen, viel AP, aber es sind ja bei Minecraft gar keine APs, das sind ja Herzen. Rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Komm. Oh nein, ich habe keine Pfeile mehr. Nein, scheiße. Hat er sein Goldapfel gehittet? Ach, da habe ich ihn noch. GG. Ähm, ja, eigentlich wollte ich jetzt Schluss machen, aber nee, komm, eine Runde noch, eine Runde noch. Ist hier noch irgendeiner, der jetzt zocken will? Komm, klick drauf. Ja, sehr schön. Oh, aber mal ein vernünftiges Kit. Ich packe mir aber trotzdem mal die Spitzhacke, werde ich nicht brauchen, deswegen packen wir uns das mal so hin. Er hat einen Pfeil, obwohl er keinen Bogen hat, oder übersehe ich den gerade? Ach doch, er hat einen Bogen, sehr schön. So, wo ist der jetzt? Ach, wahrscheinlich hat er sich die Spitzhacke mitgebracht, damit er sich jetzt irgendwo eingraben kann. Wieder so ein Trolladololol. Habe ich nämlich ziemlich oft auf Timodia. Wirklich, ich habe mittlerweile echt das Gefühl, die meisten... ...spielen schon wieder solche Kids hier, wie das eben. Und boah, ich habe hier verstampelt. Krass, Leute, krass. Man muss sich auch so vorstellen, wie krass teuer PC-Gaming eigentlich mittlerweile ist. Ich meine, äh, was macht der denn? Ja, ey, ich bin... Ey, Junge, okay, dafür gibt es jetzt die Kombo des Todes, komm mal. Ja, ja, brauchst du dich gar nicht selber anzünden. Komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Was stirbt denn nicht? Willst du mal bitte, kannst du mal bitte jetzt umfallen? Komm mal. Ah, da habe ich noch GG. So, das hasse ich nämlich immer. Wenn ich zum Beispiel einen AFK-Gegner habe, der da einfach rumsteht, dann warte ich halt einfach, stelle mich hier in der Pose vor ihm hin, damit er weiß, okay, und dann greifen die mich halt einfach an, obwohl sie ja eigentlich sehen, dass ich sozusagen sie nicht angreife, weil es einfach total unfair ist. Aber naja, egal. Auf jeden Fall, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Skins erstellen könnt, dann meldet euch doch bei mir. Würde ich sie mich fresh finden. Und ja, entweder ein Menschenskin oder ein Tierskin. Ich habe es jetzt schon 20 Mal gesagt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.